bei zweiter Part um wir brauchen die sich für den Nörker Kruger den grünen Nordkuhl das ist uns getötet da ist er ja eben den Scheiß-Dieners ersten Gelaber ich habe kein klar was du willst ich habe in der Möglichkeit Lauer mich nicht zu um wieder wenigstens schon so der hat noch ein tausend noch was Nagat und noch ein tausend also Nagat ein bisschen weniger ja dann töt der kurze Folie brauchen eine Weile ich bin doch ich hatte das Hans dort wird er nicht töten kann heute vor 6 sofort noch drei Schlägen bei dem der Bauste die schon eine gute Rüstung ja nichts Prozent bei der Heiligen Yagi kommt sich so durch Prozent aber ich kann überhaupt keine Lust habe ich Bock auf Gott die Doppelstern nur wenn du hoch wärst erst den Flügel kaputt gemacht da war ich alles kann ich hatte den so zu leidtragen aber es wird meine Zeit kommen ich hätte auch mit Langschwert kämpfen sollen ich habe Tegel Kategorien der Humboldt ja freundlich auf dem Kandos der wird Asi Amazuma Kutjord Kuhl mit meinem Geist jetzt reicht es mir ehrlich auf den Idioten bis ein übelster Arsch weiße das ja Samar ich wollte ich knall dir Einer okay ich hör auf will ich hoffen so es geht's in Naga so ich leg ihn nach ja so sehr vielleicht was mit dem Nutzer den ich immer der Biet ist so stylisch ja wenn es einfach hier ja ich bin auch stylisch ich brauche nicht mehr meine Katze alle guten Dinge und eine Katze aber du nicht Zara Prozent Prozent wir haben aber einfach nur Scheiße hier dann wo ist der so weil sie die Behinderung aber nicht da ist es auch doch ganz selbe das ist ja man hat sich eingekinken lassen aber wie bloßer unglaublich ich schaffe nicht mehr moin hier ist die Zeit ein kleines bisschen anders wirklich ein paar Millimeter anders ist die hier ein paar Millisekunden anders tot aber das hat ewig gedauert 17 Minuten ja Prozent wo die werden dann ja sage ich mal jetzt schüss ich gehst du mal eine Runde um ach davor muss schon was machen den Zawol Zawolo Bray sind Präher gibt es ja leider nicht winken und ciao Leute bis zum nächsten Morgen weiter bis zum nächsten Mal finally bis zum nächsten Mal Vielen Dank.